ja ich sag mal wieder hallo und herzlich willkommen liebe leute zu Serious Sam 3 ja und wir sind wieder hier noch an derselben stelle klar wie sonst auch in dem vorigen Part und Wetter ist immer noch scheiße ja ich denke mal ich werde jetzt mal das Ding hier nehmen und was nehmen wir denn hier für die Waffe als nächstes ich glaube ich nehme die da wird wieder gespeichert und dann geht es wieder weiter ok da geht es direkt mal wieder los hier aber oh god die kommt von oben ne wo kommst du denn weg super ich würde eigentlich nicht nachkommen oder ich verkack hier ja volle Kanne hä das war es jetzt oder das war es jetzt das war es schon wieder guck mal hier ist ja auch noch ich glaube da war ich letzt mal gar nicht drin ne oh god der kam hier raus aber warte mal hier wenn wir sind wir glaube ich auch doch hier ging es raus ne das hier war wahrscheinlich noch irgend so eine möchte gern Kawai gut das heißt wir müssen wieder hier raus wo ging es denn nochmal ne so oh ok also ein paar Füße so ganz gefällt mir das hier nicht so ganz gefällt mir das hier nicht so ganz gefällt mir das hier nicht schön dann haben wir das auch vor ja so ein Ding haben wir jetzt gesammelt ok das heißt wir brauchen noch drei ja und wir gehen jetzt schon wieder besucht das ist ja sehr schön ok ok hier war was wildes aber da hinten kommt noch was ne oh wo muss ich jetzt aber hin nun gehen wir nach hier hinten so gut aus das sieht doch gut aus dahinten ist hier irgendwo noch was aber warum gibt es hier noch Musik ich glaube nicht ok rüssi können wir sehr nach hinten kommen wir was können wir sehr gut gebrauchen ja den Ballern waren auch weg komm Attacke Bämme ja hat ja perfekt gepasst so jetzt machen wir die scheißen Chaos da ja ich glaube nicht da oben hin ich weiß es nicht keine Ahnung so was haben wir denn hier Tempelkarte aufgebaut oh oh ich würde sagen wir gucken hier vorne nochmal so ein bisschen da kann ich doch bestimmt hier rein ne ja oh schön juhuuu oh oh warte hier das äh können wir ja direkt mal so ein Teil mitnehmen ne haben wir jetzt 470 ich glaube ich nehme einfach mal das Ding hier jetzt na komm gib her die scheiße na öh jetzt ok und es wird wieder gespeichert da können wir schon mal davon ausgehen dass wir wieder Besuch kriegen oh da kommt auch noch was oh hier ist nix ok so zwei Stück haben wir warte mal da oh da ist auch noch was oh da ist auch noch was da ist auch noch was oh 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 Ok, der kommt wahrscheinlich gleich auch wieder hoch, wie immer. Oh god, da ist ja hier der Landale angesagt. Na komm, den ballern wir jetzt mal weg hier. Ok. Ist doch alles easy, Mensch. Oh, bist du das? Der da, der da, der da? Aber scheinlich, wa? So, haben wir vielleicht noch irgendwas? Ne, hier hat man ja alles genommen, ne? Arsch, rot, das war auch alles voll. So, Frage, wie komme ich jetzt da oben hin? Ist doch irgendwas. Ah, nein. Hier. Und wo ist jetzt bitteschön noch was? Hier. Denn dich hab ich ja gar nicht gesehen. Aber, ja wie, wie, wie soll ich denn jetzt bitteschön da oben hinkommen? Das ist hier die Frage. Auf! Auf! Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Ist das denn glücklich, keine überhaupt da oben zu gucken? Wo immer da seid ihr irgendwie? Ne, ne? Oh, hier ist ja noch einer. Okay. Also ganz komm ich da nicht drauf klar, aber Moment, hier hätten wir doch glaub ich auch noch was, ne? Na komm, mach auf. Boah! Boah, ich hab's geahnt, dass da noch irgendwas kommt. Ich hab's einfach geahnt. Genau, und da ist jetzt auch noch was. Es kippt doch endlich um, mein Gott, oh. Also kaum mach ich die Mütze da auf und dann kommt schon wieder hier. Okay. Huh? Oh, mein Gott, ja, das ist ja... Ich sollte vielleicht nicht, äh... Ich sollte vielleicht nicht zu weit ausgehen. Mann, geh weg. Okay, dann fahren wir die los ab. Ja. Ich war nicht mal da unten drin und hab die Sachen aufgenommen. Und die stressen schon so rum. Alles war's jetzt aber, oder? Oh Gott, ich brauch Munizio, bitte. Egal. Platz steht jetzt erstmal rein, okay. Ey, ich wollt grad zeigen, ich... ich hör da doch irgendwas. Mach mal auf hier die Hütte. Warum, ey, das versteh ich nicht. Warum hab ich denn hier... Warum hab ich hier nicht so'n Zeug, ähm... Na? Vorbeigelaufen oder nicht? So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal drei. Ich denk dir schon wieder was. Ich nehm jetzt mal den hier. Oh Gott. Oh je. Oh Gott, von da kommt schon wieder so einer. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Okay, den da hinten. Hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen lassen. Okay, das hätten wir. Ja. Wahrscheinlich können wir jetzt hier auch noch runter. Und da ist jetzt der letzte. Jo. Los, mach auf da die Hütte. Da haben wir voll. Da haben wir nicht voll, okay. Was haben wir denn hier noch? Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Leute, Leute, Leute. Hier machen wir einen Cut und wir sind dann wieder im Sky. Bis zum nächsten Mal.